Unser heutiger Referent Michael Nagula vom Amra Verlag, auch ein guter Freund von Kimo Lüchter. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Und ich überreiche dir mal das Mikrofon, bitteschön. Danke dir, vielen Dank. Ja, hallo, liebe Damen und Herren und Freunde und Freundinnen von Tom Canyon, hoffe ich. Hört man mich, jetzt hier zuhörst. Es ist großartig, dass Sie hierher gefunden haben. Es ist nämlich ein Film hier heute zu sehen, der wahrscheinlich von den meisten Menschen unterschätzt wird, weil wahrscheinlich schon die Methode der Klangheilung von den meisten Menschen vollkommen unterschätzt wird, beziehungsweise die Wirkung, die Klangheilung hat oder haben kann. Klangheilung als solches, das wurde ja schon angesprochen, ist eigentlich eine Methode, den Organismus in eine ursprüngliche Schwingung zurückzuversetzen. Es dient der Harmonisierung. Da gibt es die unterschiedlichsten Verfahrensweisen, aber darauf läuft es letzten Endes hinaus. Harmonisierung geht so weit, dass es bedeutet, in eins zu kommen mit der Urschwingung. Das wäre eigentlich, meinem Verständnis nach, das eigentliche Grundthema der Klangheilung. Alles andere auf dem Weg dahin sind Schritte. Warum jetzt dieser Film von Tom Kenyon? Tom Kenyon ist jemand, der sich seit vielen Jahrzehnten in den USA und inzwischen auch weltweit mit Klangheilung beschäftigt und eine der großen Koryphäen darin geworden ist, einmal was die Technik der Klangheilung als solche anbelangt, nämlich Arbeit mit schwingungsproduzierenden Instrumenten. Zum anderen, was ihn ganz besonders auszeichnet, ist er aber auch jemand, der selber singt. Er hat eine unglaublich breite Range in seiner Stimme, was er auch dem zu verdanken hat, dass er seit vielen Jahren Musik macht und singt dazu. Und dieses Singen ist gechannelt. Das heißt, was er dann singt, bekommt er eingegeben. Es ist ein Download sozusagen, der in den meisten Fällen von den Hathoren kommt. Nicht immer. Er ist angebunden mit vielen geistigen Feldern, mit vielen energetischen Wesenheiten. Aber in den meisten Fällen sind es die Hathoren, in letzter Zeit auch sehr stark die Arktorianer. Die Hathoren sind nun Wesen, Geisteswesen, die uns erreicht haben aus einem anderen Universum, über die Venus zur Erde kommend, eigentlich durch die Kultur Lemuriens, durch die tibetische Kultur. Ihren Namen haben sie bekommen durch die Göttin Hathor, beziehungsweise den Hathor-Kult im alten Ägypten. Daher heißen sie heute Hathoren. Das ist eine Referenz davor, dass sie damals von den Hathor-Priestern und Priesterinnen ebenfalls gechannelt worden sind. Danach hat man eigentlich nicht mehr viel von diesen Hathor-Channelings erfahren, zumindest nicht unter diesem Wort, bis 2003 Tom Kenyon die dringende Bitte bekam, der ja nicht ausweichen konnte, diese Wesenheiten zu channelen. Das hat er daraufhin gemacht. Seitdem gibt es Musik der Hathoren, denn er hat dann angefangen, das aufzuzeichnen. Und er hat seitdem auch Textbotschaften von ihnen angefangen zu channelen, die inzwischen auch in Buchform vorliegen auf Deutsch. Diese Textbotschaften sind deswegen besonders interessant, weil sie immer gekoppelt sind mit einer entsprechenden Musik. Das heißt, es wird in der Regel eine Meditationsanweisung vorgegeben, oder ein Thema oder ein Bereich, der jetzt gerade besonders wichtig ist für die Menschen als Ganzes und auch als Einzelnes. Und dazu kommt dann eine Musik, die die Wirkung dieser Meditation unterstützt und gleichzeitig das ermöglicht, in Resonanz zu treten mit dem Feld, aus dem sozusagen dieser gesamte Zusammenhang stand. Also das ist so seine Arbeit, wenn ich das mal jetzt richtig kurz gefasst habe. Und vielleicht sehen Sie daraus auch schon, dass Klangheilung ganz, ganz eng verbunden ist mit Meditation. Das meint man vielleicht erstmal nicht, aber es ist der gemeinsame Nenner, dass wir es natürlich in beiden Fällen mit Schwingungen zu tun haben. Bei Klangheilung werden Schwingungen appliziert, wenn man tönt, selber hervorgerufen. Bei Meditation versuchen wir uns in eine Grundschwingung zu begeben, die mehr mit uns in eins ist. Oder überhaupt generell mit uns in eins ist. Von daher gibt es eine ganz enge Verbindung zwischen Klangheilung und Meditation. Wichtig ist nur, und das ist etwas, was ich also in letzter Zeit sogar im eigenen Leib auch erlebt habe, achten Sie darauf, worauf Sie meditieren. Es gibt so unglaublich viele Möglichkeiten, sich Meditationsvorlagen zu beschaffen. Und so viele Musiken, so viele Anleitungen inzwischen, die überall kursieren. Die meisten davon sind auch völlig in Ordnung, mehr oder weniger effektiv. Aber die Erfahrung, die ich in jüngster Zeit gemacht habe, ist, dass es sehr, sehr wichtig ist, darauf zu achten, dass die Meditation auch in einem reinen Bewusstsein erfolgt. Also reinigen Sie sich, klären Sie sich, wenn Sie meditieren, wenn Sie mit Klängen überhaupt arbeiten. Und achten Sie darauf, dass das, worauf Sie sich einstimmen, auch wirklich Ihren Wünschen entspricht. Wenn man sich zum Beispiel darauf einstimmen möchte, eine bestimmte Sache zu erreichen, ist das sicherlich nicht der effektive Weg, um die Meditation, in die man sich da begeben will, auch optimal zu nutzen. Diese genaue Zielorientiertheit ist meiner Erfahrung nach nicht besonders förderlich. Sondern es sollte wirklich über das Herz in eine Grundbefindlichkeit gehen, in ein Segnen von anderen gerne, in ein Segnen von sich selbst, jeder Situation. Aber der Tenor, um den es letzten Endes immer gehen sollte, ist, dass wir in eine Harmonie mit der Welt treten, um selber Harmonie zu erfahren und sie unsererseits dann verstärkt wieder abstrahlen zu können durch unsere Verhaltensweise, so wie sie es eben jetzt sind. Das nur als einleitende Worte deshalb, weil meiner Erfahrung nach die Wirkung, die wir, jeder Einzelne von uns, zurzeit ausüben, unfassbar groß ist. Die Möglichkeit, mit unseren Gedanken, Einstellungen, Gefühlen, Befindlichkeiten zu wirken auf unsere Umwelt, war nie so groß wie heute. Und damit kommt auch eine vermehrte Verantwortung. Ja, diese Sachen wollte ich Ihnen gerne noch mit auf den Weg geben, bevor es dann losgeht mit dem Film. Was ich noch dazu sagen wollte, wenn Sie neugierig geworden sind jetzt auf die Arbeit von Tom Kenyon, denn das sind Sie ja, sonst wären Sie nicht hier, um sich diesen Film anzusetzen. Alles Nötige über das hinaus, was ich Ihnen schon sagte, finden Sie in dem Film selbst. Und wenn Sie möchten, wir haben auch viele Möglichkeiten, draußen Ihnen noch weitere Hinweise zu geben oder das eine oder andere, was noch an Fragen besteht, zu erörtern. Gerne auch nach dem Film, da werden wir noch ein paar Minuten hierbleiben, glaube ich. Ja, ich stelle das Mikrofon. Doch, jetzt geht es ja. Genau, an dieser Stelle, erst mal herzlichen Dank für deine einladenden Worte, die heute neu hier bei Kino Lichtart sind. Bei uns ist es so, dass wir nach dem Film immer gerne zu einer Gesprächsrunde einladen. Drum haben wir auch den Referenten da, wie der Michael heute, der dann nach dem Film euch gerne noch das Thema Vertiefen Fragen beantwortet. Ihr seid also herzlichst eingeladen, nach dem Film hier zu bleiben und noch das eine oder andere mehr über den Film, über die Methoden von Tom Canyon und so weiter, über Michael zu erfahren. Genau, damit will ich euch jetzt gar nicht weiter aufhalten. Wie gesagt, wenn Fragen nach dem Film bestehen, jederzeit gerne ansprechbar. Ich freue mich auch sehr auf den Film, ihn wiederzusehen. Wird eine Freude sein und ich wünsche viel, viel, viel Vergnügen und Erhellung durch die Arbeit von Tom Canyon, wie wir hier in dem Film begrünt sind. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.